Ja, ich freue mich jetzt gerade hier zu sein in der Deutschen Oper neben Jana Salenko und wir sprechen heute darüber, was aktuell am Berliner Staatsballett stattfindet. Jana, was findet aktuell statt hier? Jetzt große Premiere von Christian Spuck, Requiem. Ich finde, das ist wunderbar, so mega wunderbare Stück mit Oper, Singern und auf der Bühne zu sein und zu tanzen und fühlen mit dieser Stimme und ich finde das Wunderschönste, was es gibt. Der Christian Spuck ist aus Zürich jetzt schon fest hier am Berliner Staatsballett oder ist er noch am Switchen? Noch nicht, aber seine Choreografie kommt am 14. April und er versucht mit uns kennengelernt und diese Choreografie mit uns erleben und ja, ist ganz nett. Ist es eher klassisch oder zeitgenössisch? Ja und nein, aber was anderes. Ich finde das auch schön zu tanzen, weil Musik ist so tief im Körper und das Gefühl und das neoklassisch kann man so sagen. Wann genau findet das statt? Am 14. April. Und dann gibt es noch Karten? Ich hoffe, ja. Sehr schön, danke. Bitte.